Hier noch so ein paar Bands finde. In meiner Auswahl. So. Das Spiel kann man Koop spielen. Bis zu acht Spieler, ja? So nice to use your bitch and can't believe. I need you is easier. Wenn das was du packst. Ach so. Ach so. Wir haben... Also mein Auftraggeber ist ein Auftraggeber, der international verschickt. Für die Stahlindustrie. Hört sich jetzt großartig an. Aber die Arbeiten sind jetzt halt noch nicht so großartig. Ist halt eine große Stückmenge, die wir immer packen müssen. Oh, was ist das denn hier? Mega! Das war jetzt ordentlich hier. Und die Ware sind halt wirklich immer so pro Palette über 1000 Stück. 900 bis 1200, je nachdem, welche Varianten wir verpacken. Aber ihr müsst euch das nicht so großartig vorstellen. Das sind Tüten, die werden mit Legierungsmaterialien drauf vollgepackt. Und in der Stahlindustrie, wenn das heiße Eisen in diesem Becken aufgefüllt ist, kommen diese Tüten über diesem Becken und werden ab einer bestimmten Temperatur so verbrennen, dass diese Legierung auf die Oberfläche des heißen Metalles Stahl oder Eisen fällt und dann eine schöne Legierung drauf macht. Kommst du immer drauf an, Alex, wie man sich fühlt, ne? Morgens fühle ich mich immer sehr alt. Ey, ist aber fies hier. Gehen wir weiter. Oh, ist das ein Abgrund? Hier, da runterfallen kann ich nicht. Das stelle ich mir auch ziemlich witzig vor, bei dem Game mit 8 Mann rumzurennen, ne? Hör, was bist du denn? Oh mein Gott. Oh mein Gott, die greifen an. Autsch. Ich hatte doch noch so viel Energie. Ich bin tot. Wow. Oh gut, dass wir nichts verloren haben. Oh, was ist das denn hier alles? Aber der Hunger ist geblieben, ne? Doch. Jetzt sag ich, wir haben alles verloren. Und so viele Suits bei. So, ja. Oh, das ist das denn? Ja. Also, ich bin tot, wir haben uns die Leute in die Welt. Also, wir haben uns gesagt, wir haben uns gesehen. Wir haben uns geblieben. Und so. Wir haben uns die ganze Leute hier. Okay, Bombenpepper haben wir jetzt. 5, 5, 11, oh, 11 Abzug. Can be cooked. Dann. Hab's gegessen. Nice. Das scheint toll zu sein, ne? Oder auch nicht. Ja, gucken wir mal, dass wir uns die Rüstung fertig machen. Boah, das Wichtigste fehlt natürlich, ne? Oh, irgendwie wird warm. Krass. Ja, Claudia auf jeden Fall. Na, also... Das hat schon... mit viel Bewegung zu tun. Aber da mach ich jetzt schon 2 Tage, also... diese Woche geht ein Auftrag raus, nächste Woche muss der Auftrag raus. Problematisch wird's halt wirklich, wenn, ähm... wegen unseren Nicht-Lieferungen, ähm, die Produktion ins Stocken kommt. Kann auch Geldstrafen bedeuten. Je nachdem, welcher Lieferant es ist. Die Amerikaner kennen da keinen Spaß. So, Helm haben wir. Und es ist warm, ey. Shit, reicht nicht. Egal. Auf in den Kampf. Ohne Wurst-Panzer. Ah, ich bin oben lang, ne? Guck mal mal. Nee, super nicht. Oh, das geht eigentlich, Corona. Also wenn man das mit mehreren macht, so wie die Einteilungen sind, aber das war jetzt schon... Also ich merke es auch irgendwie noch. Oh, wir kriegen so das Zeug wieder. Geh weg. 40? Kein Wunder, dass ich gestorben bin. Oh, wir haben Gold gefunden. Ein Ring. 14 Mining Damage, das ist geil. Zweiter Set mit einer Aufwertung von 49 geben. Und dann eine Angel. Frühkomb. Da noch Button Damage. Auf jeden Fall haben wir unsere Seeds wieder. Alles gut. Dit freut mich. Ich zahle erst mal mit Essen, ne? Hat leider nicht viel. Ohne Mampf kein Kampf. Wie sieht es aus? Was ist das denn hier oben? Da oben ist was. Auch ein Schatz. Holen wir uns. Seeds. Ich5-Berrübel. Und dann wieder auf die Erde. Seeds. Ich weiß. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. er weiß wie weit dieses level geht wenn es ein sandbox game ist unendlich wird man sich gerade sand und weg schon wieder maden dann macht meine fackeln kaputt oder ich war es selber glaube ich die werden wir nicht auslösen mit halber energie herzlichen willkommen anständen ich hoffe geht's gut jetzt hier lang gelaufen hier 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 Boah, du ein kleiner Hohlraum, toll, nein, 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 also noch werden wir nicht kämpfen, ihr seht ja, ist nicht mehr viel und Hapa muss auch befinden, wie sie gefüllt werden. Bis zum nächsten Mal. Okay. Oh nein, ich hab nicht gegossen. Jetzt muss ich verhungern. Blüht für eine Minute. Ein Food. Kann man kochen. So toll. Anscheinend kann ich die nicht einsetzen. Eventuell drück ich auf falsch. Wir gucken einfach mal. Ja komm, die muss ich ja auch so einsetzen. Also kann ja nicht viel falsch machen. Ah, shit. Ey, es ist unverständlich. Warum hat er den gerade rausgeworfen? Oh, wie sind die da mal schnell, ne? Oh, wie ist das? Oh, wenn wir Hunger haben, werden wir schwächer. Das ist ja krass. Das ist aber fies, ne? Wo finde ich jetzt noch was zu essen? Oh Leute, wir müssen mal eine kurze Pause machen. Ich würde mir gerade hier voll ein Atemusfenster aufmachen. Ich würde mal ein Kühles holen. So Leute, bis gleich. Kurze Pause. So. Ich will nicht verhungern. Was machen wir denn jetzt? Ich will nicht verhungern. Ich würde jetzt noch mal ein Kühles holen. So. Oh. Oh. So. Untertitelung. BR 2018